Kevin Scott von der Firma Living Voice baut keine Lautsprecher. Kevin Scott von der Firma Living Voice baut echte Instrumente. Anders kann man diese wunderbaren Lautsprecher, die er in jahrelanger Entwicklungsarbeit gezaubert hat, gar nicht benennen. Bei diesem Modell hier handelt es sich um die OBX RW mit ausgelagerter Frequenzweiche. Das gleiche Modell gibt es auch mit interner Frequenzweiche. Optisch unterscheiden sich die Lautsprecher vom Grundgehäuse gar nicht. Sie haben also alle die gleiche Größe, haben nur unterschiedliche Weichenbestückungen, teilweise unterschiedliche Chassisbestückungen. Aber sind halt alle sehr zierlich und fügen sich wunderbar in jedem Wohnraum ein durch die geringe Größe. Und sind auch sehr einfach zu betreiben. Also die Living Voice Lautsprecher haben einen sehr hohen Wirkungsgrad, haben einen sehr linearen Impedanzverlauf, sodass sie auch wunderbar mit Röhrenverstärkern, mit Trionenverstärkern arbeiten können. Ja, was zeichnet die Lautsprecher aus? Kevin Scott geht halt bezüglich des Gehäuses andere Wege wie die meisten anderen Lautsprecherhersteller. Das Gehäuse wird mit einem speziellen Materialmix gefertigt, den er über Jahre ausgeklügelt hat, der das Gehäuse quasi schwingen lässt und gar nicht versucht, es totzustellen. Die meisten Lautsprecher klingen doch eher nach Hi-Fi, versuchen halt irgendwie die Klangkörper festzuhalten. Und bei dieser Living Voice ist das Schöne halt einfach, dass man wirklich die Körper, der Instrument halt quasi schwingen sieht. Und dieses natürliche Ausschwingen, was halt bei vielen Lautsprechern einfach totgedämpft wird, kommt hier frei zur Entfaltung. Das ist eigentlich mit so einzigartig im Lautsprecherbau, was der Kevin hier so auf die Beine stellt. Die Dynamik ist atemberaubend bei diesen Lautsprechern, bei tonaler absoluter Verfärbungsfreiheit. Und wir sind überglücklich, diese Lautsprecher gefunden zu haben, bei all dem, was der Markt so hergibt. Und bei vielen Testsiegern, die doch nicht wirklich das akustisch versprechen, was man sich so erhofft, ist, dass hier einfach eine Wohltat und eine Offenbarung. Und das sind Lautsprecher, die möglicherweise die Letzten sind, die sich in ihrem Leben zulegen. Und wenn Sie Interesse an diesen Lautsprechern haben, dann vereinbaren Sie doch einfach einen Hörtermin mit uns. Und es ist uns eine Freude, Ihnen diese Living Voice Lautsprecher von Kevin Scott mal vorführen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal.